Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach im Passiv-Modus Waren verkaufen könnt. Ja, ihr könnt damit sämtliche Waren verkaufen, egal ob das Bunker, Nachtclub oder sonst irgendwelche Waren. Ihr könnt auch alle möglichen CEO-Aufträge machen. Eigentlich könnt ihr praktisch alles das machen, was ihr auch im normalen Modus machen könnt. Ihr könnt auch ganz einfach Waffen benutzen im Passiv-Modus. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Wenn ihr keinen Freund habt, könnt ihr auch irgendeinen Bot ganz einfach benutzen. Den Bot werde ich euch in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken. Ja, begibt euch einfach zu irgendeinem Ammonation. Welche Ammonation, das ist auch völlig egal. Das könnt ihr bei jedem x-beliebigen Ammonation machen. Also, wenn ihr dann einen Freund habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Wie gesagt, begibt euch zu einem Ammonation. Und dann müsst ihr einmal eine Haftbombe platzieren. Und zwar müsst ihr die Haftbombe einmal so vor dem Eingang platzieren. Und als nächstes tun wir dann einfach den Freund schon einmal beitreten. Der muss einfach nur in einer Einladungssitzung drin sein. Ja, ich werde einfach mal dem Freund einmal beitreten. Da unten rechts steht jetzt der Teil, der GTO-Sitzung wird abgerufen. Das wird jetzt beim ersten Mal etwas länger dauern. Wir müssen das so machen, dass wir die Meldung halt schnell bekommen, um ihm beizutreten. Wir warten jetzt einmal, bis die Meldung gekommen ist. Die jetzt einfach ablehnen. Wenn wir jetzt nochmal mit Doppel-PSA nochmal beitreten, werdet ihr sehen. Wir bekommen jetzt immer schneller die Meldung. Das ist auf jeden Fall auch perfekt. Und ja, jetzt, wie gesagt, dann müsst ihr jetzt einfach in die Luft springen. Dann dem Freund beitreten. Die Meldung einfach ablehnen. In das Insammonation reinlaufen. Dann einfach Steuerkreuz nach rechts spammen. Und dann werdet ihr einen Blackscreen bekommen. Und werdet dann irgendwo auf der Karte dann wieder spawnen. Und ja, das war es eigentlich auch jetzt schon. Jetzt seid ihr schon im Passiv-Modus und könnt Waffen und alles benutzen. So, ich werde es euch jetzt einmal zeigen hier. Ihr seht, ja, der Fahrer auf der Map, der ist auf jeden Fall nicht im Passiv-Modus. Aber er ist unsichtbar. Und das liegt halt daran, weil ich im Passiv-Modus drin bin. Und ja, ihr könnt jetzt wirklich auch alles Mögliche benutzen. Auch Waffen könnt ihr zum Beispiel auch als benutzen. Und dann zeige ich euch mal, ihr könnt ganz normal das Waffenrad aufmachen. Ja, sterben, sowas könnt ihr jetzt natürlich alle. Weil ihr seid natürlich nicht im God-Mode. Ihr seid halt nur im Passiv-Modus. Und ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt auch irgendwelche Waren einfach verkaufen. So, ich bin jetzt einfach mal in meinen Nachtclub gegangen. Und ja, ich kann jetzt auch ganz normal hier meinen Nachtclub dann einfach im Passiv-Modus verkaufen. Ohne, dass mich irgendwelche Leute versuchen, meine Waren zu zerstören. So, ich habe mir jetzt gerade nochmal hier jemanden gesucht. Ihr seht, ich verkaufe gerade meine Ware. Und der Fahrer, der ist für mich unsichtbar. Wie gesagt, ihr könnt dann ganz easy einfach die Waren dann verkaufen. Und ja, wie gesagt, Waffenrad könnt ihr auch alles benutzen. Ihr könnt alles das machen, was ihr auch im normalen Modus machen könnt. Ihr könnt jetzt auch irgendwelche CO-Aufträge starten. Ihr könnt Headhunter starten. Alles mögliche, ohne dabei dann abgefuckt zu werden. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!